Unsere Zukunft, Mama, die wird gerade geklaut. Und in 10, vielleicht 15 Jahren gibt es kein Zurück mehr. Dann geschieht eine unumkehrbare Kettenreaktion. Ich will, dass meine Tochter lebt. Ich will, dass die Tochter meiner Tochter lebt, damit sie einen Wald sieht. Ich will leben. Ihr sagt mir, ich kann nichts dagegen tun. Ihr sagt mir, ich erzähle euch nichts Neues. Aber was tut ihr verdammt? Macht was. Bis ihr was tut, drücken wir den Alarmknopf. Bleiben die Schulen leer. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann Wenn du nichts lernst, dann fällst du durch. Und Mama, Papa, wir werden durchfallen. Wenn wir nichts tun, dann sterben wir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ана